Anstoß in Bielefeld. Jetzt geht's um die Startspitze und die CDU schickt ihren besten Mann aufs Welt. Andreas Rüther. Erfahrener Teamplayer. Großer Heimvorteil. Seit 1994 im Ratskader. Rüther bringt Ideen ins Spiel, bereitet Spielzüge vor, platziert hervorragende Pässe und verwandelt. Ja, Rüther läuft nicht gerne auf Reserve. Der Mann kann haushalten, Kräfte bündeln und für mehr Effizienz sorgen. Andreas Rüther von der CDU macht keine kopflosen Schnellschüsse. Der setzt auf Ausdauer, nicht auf kurzatmige Sprints. Rüther bringt Bewegung rein, verbindet aber nicht um jeden Preis. Und immer wieder Schulterblick. Andreas Rüther bringt die Bielefelder mit der CDU nach vorne. Nicht im Alleingang. Er nimmt sie mit, bindet sie ein, gibt Gestaltungs-Entfaltungsfläche. Rüther weiß, dass erfolgreiche Akteure guten Rasen brauchen. Am 25. Mai ist Kommunalwahl. Andreas Rüther, CDU. Ihr Oberbürgermeister für Bielefeld. Kommunalwahl 2014. Sie hörten einen Wahlwerbespot. Für den Inhalt ist allein die Partei, Gruppierung bzw. der Kandidat verantwortlich.